Heinz Hönig, ein Kampf ums Überleben, die traurige Wahrheit hinter seiner Krankheit und Operation Heinz Hönig, der bekannte deutsche Schauspieler, steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht und hat in unzähligen Filmen und Fernsehserien seine Fans begeistert. Doch hinter den Kulissen kämpfte der 71-jährige Schauspieler derzeit den härtesten Kampf seines Lebens, dengegen eine schwere Krankheit, die ihn an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Vor wenigen Tagen war es dann soweit. Heinz Hönig wurde in einer renommierten Klinik operiert. Die Operation, die ursprünglich nur wenige Stunden dauern sollte, zog sich über acht lange Stunden hin. Während dieser Zeit verlor der Schauspieler eine erhebliche Menge Blut, und es wurde schnell klar, dass die Dinge nicht nach Plan verliefen. Nach der Operation warteten Heinz' Familie und Freunde voller Anspannung auf Nachrichten aus dem Operationssaal. Doch die Hoffnungen, dass der Eingriff erfolgreich verlaufen könnte, wurden schnell zerschlagen. Erste Informationen drangen nach außen, die darauf hindeuteten, dass Heinz Hönig sich in einem kritischen Zustand befindet. Es war schließlich seine Frau, Annika Hönig, die das Schweigen brach und in einem bewegenden Statement an die Öffentlichkeit trat. Sie bestätigte, dass die Operation nicht den erhofften Erfolg gebracht hatte. Heinz hat den Eingriff überstanden, aber die Situation ist äußerst ernst. Die Ärzte haben ihr Bestes getan, doch leider müssen wir uns jetzt auf das Schlimmste vorbereiten, erklärte sie unter Tränen. Annika Hönig beschrieb, wie schwer diese Nachricht für die Familie war und wie sehr sie alle hofften, dass Heinz noch eine Chance hat. Er ist ein Kämpfer, und wir werden nicht aufgeben. Aber wir müssen realistisch sein und uns auf die kommenden Tage vorbereiten, sagte sie weiter. Die Nachricht über Heinz Hönigs kritischen Zustand hat in der deutschen Mediendandschaft und bei seinen Fans eine Welle der Bestürzung ausgelöst. Viele Menschen, die ihn über die Jahre hinweg in seinen Rollen bewundert haben, sind erschüttert über die Entwicklung und senden ihm und seiner Familie ihre besten Wünsche und Gebete. Doch es sind nicht nur die physischen Herausforderungen, die Heinz Hönig derzeit bewältigen muss. Die emotionale Belastung für ihn und seine Familie ist kaum vorstellbar. Die ständige Ungewissheit, das Warten auf neue medizinische Informationen und die Angst vor dem, was kommen könnte, zerren an den Nerven aller Beteiligten.